Martin Ebbertz Onkel Theo erzählt vom Grüßen. So, liebe Kinder, sagte Onkel Theo, heute werdet ihr mal wieder was lernen. Die Kinder setzten sich auf Onkel Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren. Also, sagte Onkel Theo, das Grüßen, und er kratzte sich am Kopf. Sicher wisst ihr alle, was Grüßen ist. Wenn sich zwei Leute begegnen, dann sagen sie zum Beispiel Guten Morgen oder Guten Tag oder Grüß Gott oder Hallo. So, manchmal reichen sie sich dazu die Hand oder sie geben sich einen Kuss. Das wisst ihr bestimmt. Aber wenn ihr glaubt, das sei in der ganzen Welt so und es sei schon immer so gewesen, dann liegt ihr falsch. Wenn man auf einer Burg im Mittelalter einen Ritter begrüßen wollte, hielt man sein linkes Ohr an die Ritterrüstung und klopfte dreimal mit der rechten Faust auf das Eisen. Das hatte einen guten Grund. Auf den Burgen standen nämlich furchtbar viele leere Ritterrüstungen herum. Durch das Klopfen konnte man sofort erkennen, was Sache war. Klang die Rüstung hohl, war sie leer, klang sie gut gefüllt, dann steckte ein Ritter darin. Im ersten Fall ging man einfach weiter, im zweiten machte man drei vornehme Verbeugungen. So sparten die Besucher der Burgen viel Zeit, weil sie sich nicht immer wieder vor leerstehenden Rüstungen verbeugen mussten. Später kamen die Rüstungen aus der Mode. Die einfachen Leute begrüßten sich, indem sie sich die Hand gaben. Die vornehmen Adligen in den Schlössern jedoch wurden immer höflicher und machten immer mehr Verbeugungen. Mit fünfzig Verbeugungen grüßte man einen Grafen, mit hundert Verbeugungen einen Herzog und mit dreihundert Verbeugungen einen König. Das Ganze dauerte so lange, dass die Adligen von morgens bis abends mit Grüßen beschäftigt waren. Irgendwann wurde ihnen das dann doch zu viel. Die ganze Begrüßerei und Verbeugerei wurde gekürzt und heute machen auch die Adligen höchstens eine Verbeugung, wenn sie einander sehen. Nur in manchen Oasen in der Wüste und auf sehr kleinen Inseln mitten im Meer verbeugen sich die Einwohner auch heute noch zwanzig Mal voreinander. Aber da ist es nicht so schlimm und dauert nicht so lange, weil es in den Oasen und auf sehr kleinen Inseln nicht so viele Leute gibt. Auf ganz einsamen Inseln, wo sonst niemand wohnt, macht man sogar hundert Verbeugungen, zwölf Luftsprünge und fünfundzwanzig Purzelbäume. Doch das ist ein Fall, der sehr selten vorkommt. Und wenn man jemandem Grüße ausrichtet, dann sagt man bei uns auch heute noch viele Grüße. Auch wenn man nur einen einzigen Menschen damit grüßt. Und ihr wisst jetzt, woher das kommt. Aber wisst ihr auch, wie man in England bei besonders feierlichen Anlässen die Königin begrüßt? Die Kinder schüttelten den Kopf. Nun, sagte Onkel Theo, das ist so. Wenn man in England zu einem Empfang eingeladen ist, bei dem die Königin erwartet wird, sollte man immer eine Scheibe Toastbrot dabei haben. In England ist es nämlich üblich, dass zu feierlichen Anlässen ein Toast auf die Königin geworfen wird. Der Premierminister ruft laut aus, ein Toast auf die Königin. Danach werfen alle Gäste gleichzeitig mit ihren Toastbroten. Deswegen ist das englische Weißbrot so weich. Es soll der Königin ja nicht wehtun. So ein Quatsch, riefen die Kinder. Was? fragte Onkel Theo. Quatsch nennt ihr das? Und euch soll ich noch mal was erzählen. Doch weil die Kinder sehr darum baten, sagte Onkel Theo. Also gut, vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute ist Schluss. Also gut, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020